Sander Theler, vor einem grossen Tag. Jetzt gibst du dir eine Brille auf Martin einen Vertrag mit dem FC Sittag. Wie fühlst du dich? Ja, natürlich ganz gut. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass ich je mit 16 einen Vertrag unterschreiben könnte. Und ja, ich bin ganz glücklich. Wie sieht es uns? Jetzt fährst du ein Brille und wer treffst du hier? Marco Di Gennaro und natürlich Christian Cossueta. Hoffentlich. Was heisst das explizit für dich? Es spürt dich jetzt an. Bist du nervös? Die Anspannung ist schon etwas da. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man den Präsident wieder sieht und einen Vertrag unterschreiben kann. Ich bin jetzt schon im Hotel von Christian Constantin. Du kommst langsam wieder nervös. Es ist alles zusammen ganz easy und kein Problem. Nein, nein, ganz easy ist es schon nicht. Ich habe schon leichte Nervosität da. Es ist etwas Spezielles. Und die Anspannung ist natürlich da. Ja, ja. Gehst du jetzt das erste Mal zum Chef ins Büro oder bist du schon mehr da gewesen? Nein, im Büro war ich noch nie. Aber ich habe auch den Präsidenten von Herrn Schuborma gesehen. Und was hat er bis jetzt zu sagen? War er zufrieden gewesen? Ja, er ist zwei, drei Mal in die Kabine gekommen. Er hat, wenn wir am Verlierer sind, ein bisschen eingeheizt. Das heißt also, dass wir ein bisschen nachher mehr Gas geben. Und ja, das habe ich noch kennengelernt. Wie ist die Idee? So, da sind wir jetzt ganz schön. Und das Furball. Wie viele bis zum Chef? Vielen Dank.